Liebe Filmfreunde, ich grüße euch ganz herzlich mit ein paar Neuigkeiten bezüglich meines YouTube-Kanals. Wie ich schon mal erwähnte, habe ich diesen Kanal hier aus einem Impuls heraus wieder eröffnet und ich muss sagen, ich war dann mit den ersten Videos, die ich so produzierte, überhaupt nicht zufrieden. Das ist nicht so der Anspruch, den ich an mich selber stelle, und habe dann jetzt mal ein bisschen eine Phase gehabt, wo ich überlegte, was ich denn besser machen könnte und das fängt ja bei vielen Sachen hier an. Beleuchtung, ich brauche doch ein externes Mikrofon, weil der Ton hat mir gar nicht gefallen und ich brauche auch, brauchte auch vor allen Dingen ein Konzept. Und dieses Konzept bin ich gerade dabei zu erarbeiten. Deswegen kann es noch ein paar Tage dauern, bis ich dann richtig loslege hier auf meinem Super 8 Channel. Ja, wie gesagt, das war alles so ein bisschen Hals-über-Kopf-Aktion. Und ja, die Reviews so rauszuhauen, ohne zu schneiden, ohne ein Konzept dahinter zu haben und einfach nur jedes Mal Unboxing. Ja, ihr habt ja selber festgestellt, ich habe sehr, sehr viele Unboxings hochgeladen, ist nicht unbedingt jetzt das, was ich unter einem YouTube-Kanal verstehe, der sich mit dem Thema Super 8 beschäftigt. Und ja, ich habe einiges an neuen Konzepten erarbeitet. Ich werde euch zugegebener Zeit damit konfrontieren. Ich hoffe, positiver Art und Weise. Und bis dahin würde ich ganz einfach um eure Geduld bitten. Ich werde jetzt auch Videos vorproduzieren, sodass ich immer Content habe, um da nicht ständig im Stress irgendwelche Videos machen zu müssen, nur weil wir dann halt, weil ich dann halt den Kanal füllen will. Und aus diesem Grunde, wie gesagt, gibt mir noch ein paar Tage Zeit. Ich bin schon sehr weit mit meinen Planungen, habe auch in neues Equipment investiert, Beleuchtung, externes Mikrofon, wie schon angesprochen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.